Musik 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 Booooooom! Es passiert gerade gar nichts. Perfekt. Sponsoriert by Harry Mellor Probe wäre schließlich vor, ist zu viel, habe ich keinen Bock zu. Prison, ja und damit sind wir zurück beim Weihnachts-Neujahr-Sylvester-Spezial-Slender. Collect all 8 Photos. Ja, das ist die zweite Aufnahme von diesem Level hier. Bei der ersten Aufnahme war die Kamera komplett überdeckt von dem Aktenordner, sag ich mal. Oder besser gesagt, beim Aufnehmen über dem Ding, ja war noch ein Ordner geöffnet, der ihn nicht eigentlich zur Seite schieben wollte. Hat aber natürlich nicht geklappt. Und das hat er nicht gemacht. Und dementsprechend war mein halbes Gesicht verdeckt. Ich habe beim letzten Mal auch glaube ich zwei Fotos gefunden oder drei, ich weiß es jetzt gar nicht. Und ja, mal gucken wie viele ich jetzt finde. Dedem, dedem, dedem. Es ist noch komplett ruhig. Die Musik fängt erst an, sobald ich ein Foto habe. Was ich natürlich gerade nicht finde. Geil. Das Schöne war auch vorhin an der vorgegenden Runde, ich habe den Slenderman sofort gesehen. Und ja, er stand immer direkt vor mir und ich konnte noch weglaufen. Okay, da kann ich nichts machen. Und wir haben unser erstes Foto. Gänsehaut diesmal. Ja, die kommt. Oh, habe ich jetzt schon keinen Bock zu. Aber Slender kriegt mich nicht. Ansonsten kriegt er eine Kugel in den Kopf. Wow, 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 wow. Slender. Slender. Okay, ich höre mal lieber auf damit. Sonst mache ich mich ja noch selber in die Hosen. Jetzt zeig dich! Ich habe erst ein Foto. Foto. Foto, Toto. Irgendwo war noch eins im Waschbecken. Das weiß ich auf jeden Fall. Und hier habe ich den Slenderman vorhin das erste Mal getroffen. Das stand er auf der anderen Seite. Slender, Slender, komm aus deinem Versteck. Floschi, ich finde dich und zerstückel dich. Nein! Haha. Wow, 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 wow. Oh, 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 da steht er ja. Hallo Slender, hallo. Hallo, na? Wollen wir kuscheln? Er kommt schon mehr. Ich möchte noch mehr finden. Von daher laufe ich erst mal weg. Äh, 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 äh. Komm doch, komm doch, komm doch. So, wir haben zwei von acht Bildern gefunden. Und jetzt fängt das auch an, wo ich mich von hammer oft erschrocken habe. Aber das werdet ihr ja gleich selber erleben, wenn das wieder kommen sollte. Wenn, ne, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wäre die Welt nur halb so schwer. Jo, ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme seht, dass jemand online gekommen ist. Ich hoffe mal nicht. So, Foto Nummer drei von... Wow, wow, wow. Ach, man. Ja. Das ging aber schnell. Naja. Die Rede ging ja auch ein bisschen schneller. Wir haben ihn sofort getroffen. Wir haben drei Bilder gefunden. Und ja, wir sehen uns dann wieder oder nicht wieder. Das sehen wir dann. Howdy ho und tschüss. Tschüss.